Deutschland Radio Kultur ist der Name für ein kulturorientiertes Hörfunkprogramm, das neben Deutschlandfunk und Radiowissen eines der Programme des Nationalen Hörfunks des Deutschlandradios ist. Von 1994 bis März 2005 trug es den Namen Deutschland Radio Berlin. Standort ist das ehemalige Rias-Gebäude am Hans-Rosenthal-Platz in Berlin-Schöneberg. Chefredakteur ist seit 2007 Peter Lange. Programm Deutschland Radio Kultur ist ein werbefreies Kulturprogramm, das vor allem für seine aufwendigen Hörspiel- und Feature-Produktionen bekannt ist. Als Schwerpunkt sehen die Programmverantwortlichen die Kulturalisierung der Politik und die Politisierung der Kultur. Das Programmschema setzt auf eine Gliederung mit täglich Literatur, zwei verschiedenen Musikschwerpunkten und einem einstündigen Interview. Kern ist das Format Studio 9, das morgens, mittags und noch einmal am Abend, diskursive Berichterstattung, Kulturkritik. Kommentare und Reportagen bringt, nachts sendet die Tonart Musik mit täglich wechselnden Schwerpunkten. Mehrmals in der Woche gibt es ab Mitternacht auch Sendungen der neuen Musik bzw. der Klangkunst. Am Wochenende wird das Themenspektrum um Kino, Theater, Medien, Philosophie und Religion erweitert. Das Kinderprogramm läuft unter dem Namen Kakadu. Die Programmreform vom Juni 2014 sollte dem Deutschland Radio Kultur eine verlässlichere Struktur geben, damit Hörer gezielter einschalten können. Als Grund gilt, dass laut Höreranalysen das Radio Kultur bis dato keine eigentlichen Stammhörer hatte. Die rund 400.000 Hörer am Tag kamen aus der Stammhörerschaft des Schwestersenders Deutschlandfunk und schalteten zum Radio Kultur, wenn sie zu kulturellen Themen Radio hören wollten. Deshalb wurde ein Programmschema entwickelt, das die beiden Sender stärker voneinander abgrenzen soll. Damit nimmt das Deutschland Radio Anforderungen vorweg. Die für eine künftige Evaluation der 53 öffentlich-rechtlichen UKW-Programme plus 10 Digitalangebote erwartet wird. Ohne klares Profil befürchtetet Radio Kultur die Einstellung. Bei der Reform 2014 wurde das tägliche sechsstündige Programmformat Radio Feuillto in thematische Einzelsendungen aufgespalten. Zu den bekanntesten davon zählen im Gespräch sowie Lesart das Literaturmagazin. Außerdem wurde die Kohl in Sendung 2254 eingestellt. Geschichte 1994 wurden der Deutschlandfunk, der Rias sowie Teile von Stimme der DDR und Radio DDR2, die als Deutschland-Senderkultur die Wende überlebt hatten, unter dem Dach einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft, dem Deutschlandradio zusammengeführt. Träger und gleichzeitig Mitglieder dieser Körperschaft sind ARD und ZDF auf der Basis zweier Staatsverträge zwischen dem Bund und den 16 Bundesländern Deutschlands. Während das Programm der früheren Rundfunkanstalt Deutschlandfunk später seinen Namen und seine Programmstruktur behalten durfte, wurde in Berlin unter der Leitung der Programmdirektoren Gerda Holunder ein völlig neues Programm auf die Beine gestellt. Deutschlandradio Berlin Mit dem Ausscheiden der Programmdirektoren am 30. April 2004 übernahm Günther Müchler, der Programmdirektor des Deutschlandfunks, auch die Verantwortung für die LR Berlin und begann die Arbeit an einer evolutionären Reform des Berliner Programms, dessen Hörerzahl bis dahin überschaubar geblieben war. Am 7. März 2005 ging das reformierte Programm unter dem neuen Namen Deutschlandradio Kultur auf Sendung. Die Namensänderung soll, laut Sender, zum einen den Anspruch dokumentieren, das bundesweite Kulturradio zu sein, und zum anderen die Missverständnisse beseitigen, die mit dem alten Namen verbunden waren. Deutschlandradio Berlin wurde zu oft als Berliner Regionalsender wahrgenommen, nicht als zweite Säule des bundesweiten, werbefreien Hörfunks. Sendetechnik Deutschlandradio Kultur wird über UKW und DAB ausgestrahlt. Der Kurzwellensender, 6005 kHz am Standort Sendeanlage Berlin-Britz, wurde im Spätsommer 2007 durch einen Brand schwer beschädigt. Noch im gleichen Monat wurde beschlossen, den Sender wegen der hohen Reparaturkosten angesichts der geringen Hörerzahlen nicht mehr in Betrieb zu nehmen. Anfang September 2013 entfiel auch die Verbreitung über die Mittelwellenfrequenz 990 kHz vom gleichen Standort. Über das Astra-Satellitensystem ist Deutschlandradio Kultur digital über DVB-S zu empfangen. Das UKW-Sendernetz wird sukzessiv ausgebaut. Nur in Teilen Ostdeutschlands wird Deutschlandradio Kultur flächendeckend über starke UKW-Frequenzen ausgestrahlt. In den alten Bundesländern waren bei Sendestart allerdings die reichweitenstarken Frequenzen schon weitgehend verteilt. Daher ist das Programm auf relativ schwache Sender mit geringer Reichweite in den Städten angewiesen. Deshalb ist es praktisch nur rund um die Städte zu empfangen. Es werden allerdings nach und nach immer weitere Frequenzen aufgeschaltet. Zum 2. August 2010 konnte die bisher von BFBC für die Versorgung der britischen Streitkräfte genutzte Frequenz 96,5 MHz übernommen werden, die einen Empfang des Programms im großen Teil in Nordrhein-Westfalens erlaubt. Auf der Webseite des Deutschlandradios kann das aktuelle Programm als Livestream abgerufen werden. Zusätzlich werden seit Mai 2004 ausgewählte Beiträge online archiviert und können via Audio-On-Demand nachgehört werden. Seit Mitte 2005 besteht ein breites Angebot, das als Podcast heruntergeladen werden kann. Des Weiteren gibt es den Radio-Rekorder, mit dem sich die Sendungen des Deutschlandradios mitschneiden lassen. Frequenzliste Über den Langwellensender Zehlendorf wurden täglich um 1.05 Uhr, 6.40 Uhr und 11.05 Uhr Seewetterberichte gesendet. Die Abschaltung dieser Langwellenfrequenz erfolgte Ende 2014. Trivia Beim Empfang im Großraum der deutschen Hauptstadt Berlin kann festgestellt werden, dass die gesendeten Signale nicht zeitgleich auf allen Übertragungswegen die Hörer erreichen, sondern in folgender Reihenfolge UKW DAB+. Die Abschaltung der Hauptstadt Berlin kann festgestellt werden,